Du musst dich für YouTube noch eine Antwort machen, ne? Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal in Quints World. Ich zog Neuter, mal wieder. Wir sind schon mittendrin. Und wir haben auch schon drei Runden hinter uns und haben total verkackt. Bis jetzt. Es ist eine neverending story mit mir und diesem Game. Ich verkack hier halt nur. Ich hab's noch nicht einmal weiter als Etage 4 geschafft und ich will auch nicht durchrushen. Heute hab ich's nicht mal weiter als diese Etage geschafft. Das ist richtig schlecht. Eh, eh, eh. Oh, so ein kackender Zauberstab, eh. Ist das Sand? Wieso ist hier Sand? Es brennt. Brenner Sand. Warum? Was hab ich denn hier mit? Was ist das? Matsch. Weil meistens tut er diesen Dinger noch was. Ah, guck mal hier. Lebensverlängerung. Und ein Arschloch. Ja, sicher. Alles auf dieser Welt will mich nur tot sehen. Wie krieg ich den Sand jetzt weg? Die haben an der Schaufel. Können wir mal... Na toll. Geh weg. Scheißdreck. Wo komm ich denn da ran? Au, ab doch. Ähm, Sand kann man... ...auf... ...fangen mit nem Sack, ne? Der ist auch mit Fläschchen. Mein Matsch ist ja auch in der Flasche hier. Ih, die läuft da aus. Was ist das? Beschleunigung? Guck mal her, die Flasche. Ist die leer? Gut. Können wir jetzt ein bisschen Sand wegmachen damit? Nee, ne? Toll. Na, toll. Wieso komm ich nicht mehr weg? Ah, hier. Säurepuppel da hier. Komm mal her. Du kannst doch hier drüber schießen und dann ist doch mit Säure auch alles weg, oder nicht? Komm mal mit. Ja, komm mit. Komm, hier. Hier, hier musst du hin. Ja. Eieiei. Nein, hierher, komm. Denn dann kommst du halt unten lang. Und der Typ mit der Dynamitzang auch gleich mit. Ja, sehr gut. Hier musst du hin schießen. Hier hin. Genau, so ist fein. Bööö. So. Nein, hier unten hin. Nein. Nein. Wohin ist er gestorben? Da, wie komm ich denn jetzt ran? Ich will das haben. Nein, Scheiß. Wohin ist er gestorben? Herzinfarkt oder was? Gut, das hat nicht geholfen. Tja. Nee, schieß mal hier auf den Sand. Mein Gott. Hau ab jetzt. Wie viel Leben ich jetzt hier schon kassiert habe, nur um da ranzukommen. Jetzt. Ich muss noch was einfallen lassen. Gibt es hier irgendwo Säure? Guck mal, da gibt es Säure. Aber da kann ich ja schlecht reingehen und... Kann ich mir ja schlecht holen. Da sterbe ich dabei. Aber vielleicht läuft es genau da runter. Da hin, wo es hin soll. Äh, ist zu wenig. Nein, genau da läuft es nicht hin. Toll. Mein lieber Hund, leg dich bitte einfach hin und dann ist gut. War toll. Noch ein Stück. Reichtet? Es ist frustrierend. So, hier mal eine Idee. Die Idee fand ich ja jetzt schon ganz gut. Zwölf Leben. Mach Platz. Mach Platz. Ja, mit dem Feiler Hund. Jetzt machst du Platz. Und wir wetten, du hast vorne die Tür aufgelassen? Und es wird immer kälter. Toll. Ich dachte auch so, der Suizid wäre am besten geeignet, um diese ganze Situation einfach zu lösen. Weil Weil Irgendwann ist ja auch mal das Ende erreicht. Die Motivation ist dahin. Katastrophe. Suizid ist natürlich keine Lösung. Jetzt aber, jetzt machen wir eine richtig tolle Runde. Ist der Arzcon. Also, stirb. Auf Schießpulver wandeln ist natürlich auch ein ganz tolles Gefühl. Vor allem, weil ich so ein Pyromane bin. Vor allem in diesem Game. Oh, ha, hier. Stirb. Alle, beide. Also, wirklich. Ist gar nicht so gut, ne? Wenn du schon die dritte, vierte Runde machst, dann bist du schon so ungeduldig. Du bist ja dann schon zum Scheitern verurteilt. Von vornherein. Wenn ich dann hier versuche, hier so durchzurushen, dann killt mich selbst der kleinste Frosch. So, gab's hier irgendwas? Ne, ne? Nein, nein, nein. Nicht das Wasser anzünden. Äh. Hier stehe ich. Wo geht das Wasser hin? Können wir da mit? Ehe ich die Wand berühren. Hier geht's nicht weiter. Gold. Immerhin. So, gut. Jetzt hat es uns überhaupt gar nichts gebracht hier. Noch ein Froschi tot. Zauberstäbe. So, die sind, in der Regel sind die scheiße. Aber immerhin mehr Munition. Die wir vielleicht gebrauchen können. Äh, Ari. Die ist ja schon tot. Das ist lustig. Du kannst ja die Zombies braten. Also, wenn die brennen. Dann hast du gebratenes Fleisch. Finde ich sehr gut. Du hast also rein theoretisch hier auch noch Grill. In dem Game. Oh, scheiße. Nein. Kommt da gar nicht raus. Auf der anderen Seite. Nein. Oh! Hehehe. Wow. Oh. 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 Deswegen ist was zu holen. Wozu gibt's denn diese Einschlüsse? So unnötig. Oh. Und Blut. Wie? So, was gibt's sonst Neues? Ah, nicht viel. Da will ich hin. Schauen wir mal. Ja. Gut. Sehr gut. Ja. Oh, ein Whiskyfass. Nein, 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 nein. Oh, ein Whiskyfass. Nein, 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 nein. Oh, nein, nein. Noch beschissener. Nein. Oh, nein. Leckt mich doch. Es sollte nicht brennen. Es sollte mich doch einfach nur... Oh, war das anders? Was kann das? Oh, Kreisverstellungsstand. Ih, ah. Nein, nein. Oh Gott, da war eine Falle. Die hab ich gleich gesehen. Sau noch. Alles in dieser Welt würde ich nur töten. Hehehehe. Aber nicht nur mich. Ey. Da... Ach. Wie gut, dass ich meine Freizeit so sinnvoll nutze. Ich bin begeistert. Ja. Irgendwie ist der Wurm drin. Gestern lief's besser. So, vielleicht bin ich auch noch nicht ganz wach. Es ist ja noch früh am Morgen. Halbe Stunde gespielt. Noch nix erleichtert. Ich geh mal die Tür zu machen. Auch unter die Tür. Es wird kalt hier drin. So. Und geparkt. Tür ist zu. Mal den Arsch abfrieren hier. Kalt genug. Ich hab Robert Habeck heute schon geschrieben, dass wir schon echt doll frieren. Und dass wir uns echt alle Mühe geben Gas zu sparen. Weiß nicht, ob das in seinem Sinne war, aber... Hab ich wirklich gemacht. Er hat geschrieben, wir müssen unbedingt noch mehr sparen. Wir haben total volle Speicher und alles ist gut. Saja. Kinder und ich, wir haben schon gefroren und machen die Heizung schon nicht an. Was soll es? Man tut was man kann, aber ich weiß nicht. Ob das alles so hilft. So. So. Da ist gleich ein Zauberstab. Den würde ich nachher haben. Was haben wir denn hiermit? Polymorphin. Der wäre sofort wieder zum Schaf. Das benutze ich jetzt gar nicht. Was kann der? Regen. Kann Regen. Toll. So. Dann klippen wir dieses Polymorphin irgendwo hin. Und ich nehme da stattdessen Wasser mit. Das halte ich immer für eine bessere Idee. Irgendwohin, wo es... Hier war ein Zauberstab. Der ist weg. Oder... Nee, wenn eine kaputte Flasche ist hier, ne? Ich habe mal Wasser. weiter. So. Einfach mal irgendwo hinkrippen. Gucken, was passiert. So. So. Das haben wir. Das kann doch ruhig hier denn. Ja. Hier kommst du nirgends nur durch. Oh. Ätzend. Hm. Komm mal in das Goldrand. Da lag ein bisschen was. Ich muss das mal kurz brennen. Das Gold kommen wir schon mal nicht. Ist alles zugebaut. Wie soweit. Mein Gott. Ja. Es geht. So. Siehste. Dann kommen wir da auch überlang. Hm. Ja. Es geht. Ja. Es geht. Ja. Es geht. Oh. Ah. Dann kommen wir ran. Ein bisschen. Leider nicht. Hier Schafe. Ich möchte das alles besitzen. Hau ab! Schon sitzt man hier in so einem Massaker. Na ja, komm! Hey, wie kam der denn da durch? Wo ist die Schatztruhe hin, die hier war? Ich war doch hier, ne? Was war da drin? Und wo ist es hin? War denn du dieses Fass? Dieser Zauberstab ist so ätzend. Und der Schütze dahinter auch. Ich hab gefühlt jetzt eine Million Gegner getötet und nur 150 Gold. Gut, also hier geht es nicht weiter. Was konnte der nochmal? Ah! Alles anzünden. Alles anzünden ist immer gut. Was ist Gold dran? Ja, ein bisschen. Wenn es ein bisschen schneller geht, wenn es eh schon alles brennt. Dann gucken wir uns mal den Rest. Hier gibt es gebratenen Schleimmonster. Nein! Es ist jedes Mal so. Es ist jedes Mal so. Jedes Mal werde ich zu einem Schaf. Oh! Ah! Alle tot hier? Was ist denn mit dem... Oh! Oh! Damit hängt ein Stein. Ja! Alter Schwede! Oh! 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 Oh Gott! Jetzt kommen sie alle! Was wollt ihr denn? Oh! 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 So, waschen. So, hätt ich noch Gold rum. Was ist denn da mit? Na also, geht doch. So, was könnte der jetzt? Ich muss den mal vergleichen mit dem hier. Der ist ja µ besser, ne? Der ist auch µ besser. Oh Gott. Wo ist der Zauberstab hin? Der war doch ein Zauberstab. Deswegen haben wir es doch gemacht. Wo ist der hin? Wer hat den? Hau ab. Hä? Ach da. Er hat ihn. Ja, auf jeden. Nehmen wir ihn. Super. Scheiße, ich bin jetzt schon wieder eingesaut mit dem scheiß Schleim. Wozu ist das denn gut gewesen? Ein Runenstein mit starkem Magisch Auto. Du willst ihn unbedingt treten. Will ich das? Und was passiert dann? Was war denn da los eigentlich, wenn ich den trete? Lockt der nicht auch Würmer an? War das so? Kann mir wieder keiner sagen, ne? Kann mir wieder keiner sagen, ne? Was? Hau ab. Oh Gott. Weg, weg, weg. Flieg doch mal. Oh Mann. Das gibt's doch nie. Ein Kackfrosch. Boom. Ich krieg ne Krise hier. So, neue Runde. Die letzte. Mal sehen. Bleiben ja auch noch zwei. Gucken wie es läuft. Ich hatte gerade einen guten Zauberstab oder einen besseren. Der war ja nun auch nicht so gut, aber immerhin. So schlecht wie heute war ich noch nie. Wartet doch gleich am Anfang auf mich. Ist das Lava? Das ist Lava. Nee, Whisky. Das kippe ich mal aus hier. Ich kann mit diesem Tränk nichts anfangen. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Keine Ahnung. Sollen die anderen sich doch darin baden. Ich kann nur was mit Wasser anfangen. Oder Lava oder so. Ah, in der Sackgasse. Wie schön. Oh Gott. Panik! Ja, rennen, rennen! Genau, brennen! Verbrennen endlich! So, wenigstens ein bisschen Wasser, das können wir schon mal mitnehmen. Wasser im Hut. So, dann gucken wir mal, wo der Gang dahin führte. Da lag ein bisschen Gold auf dem Boden, das haben wir dir mitgenommen. Stirb! War ja hier noch ein Frosch? Oh Gott! Jo, 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 jo. Ein Meer aus Brut. Immer mehr. Da haben wir nichts zu holen. Wo steckst du die da in die Ecke? Oh! Das war knapp, den hab ich gleich gar nicht gesehen. Du stirbst. Jo, jo. Läuft eigentlich ganz gut jetzt gerade. Ach komm, behalte doch deine scheiß Goldmünze. Gut, hier geht's nicht weiter, alles klar. Systematisch, links nach rechts. Tschüss. Ist das verrostet? Gibt's für euch irgendwas? Sieht so aus, ne? Hau ab! Ist das Gold? Oh, ok. Hier gibt's auch nix. So, gucken wir oben nochmal. Ganz neugierigerweise. Sonst noch was? Ach so, Wasser kann man auftanken. Sehr gut. Haben wir das auch? Ja, ich komm hier nicht durch. Toll. Ja, ich komm hier nicht durch. Nein, da lag noch ne Stangen-Dynamit. Hat er noch im Tod fallen lassen, ey. Gibt's doch gar nicht. Hehehe. Süß. So, mit'n Schuthaus. Hätte ich mal Gold gefahren. Das war anständig. Ähm, weißt du nur, wenn die durch einen Unfall sterben, also durch Feuerexplosion, hast du nie gesehen, also nicht durch meinen Zauberstart, dann werfen die manchmal mehr Gold ab. Woher kommst du denn noch her? Woher kommst du denn noch her? Uh, deine Zune ist halt tot. Das mag er ja gar nicht, ne? Wasser. Uh. Sind die eigentlich immun gegen ihre eigenen Dynamitstangen? Ich hab immer das Gefühl, selbst wenn die in ihrer eigenen Explosionen stehen, passiert ihnen nichts. Einfach quer in die Reihe gerotzt. Gibt's hier irgendwas? Hau ab! Du musst doch jeden dunklen Fleck echt in den Augenschein nehmen. Hab ich keine böse Überraschung erwartet. So, ihr könnt ja jetzt alle da unten verbrennen, bitte. Sehr gut. Okay, war nicht nass genug. Dein Ernst? Die fackelt auch alles und ich bin voller Öl. Ist nicht so gut. Ja. Da brennt mal ruhig alle. Gehen wir nicht auf den Sack gehen. Noch mehr Öl. Super. Noch mehr Öl. Ist alles voller Öl, oder? Was es nicht gibt, sind Zauberstäbe. Ich bräuchte mal einen schönen Zauberstab. Da würde ich mich freuen. Die sieht alles schon sehr merkwürdig angefressen aus. Oh. Okay. So, eigentlich wir haben noch 55 Leben. Da gehen wir noch ein bisschen weiter. Leck mich! Stirb. Ich hab Wasser. Mach dich nass. Mein Wasser ist alle. Fuck. Stüffer jetzt endlich. Treffen wäre auch nur eine Option, ne? Ist der tot? Nein, der lebt noch. Also. Immerhin. Die sind mir nicht ganz schön tricky. Und ich hab immer noch 55 Leben. Wie geil ist das denn? Und ich hab dieses Ding gefunden. Hier. Die Lebensverlängerung. Oder Erweiterung. Das ist immer gut. Ich bräuchte immer wieder Wasser. Ich hab mein ganzes Wasser aufgebraucht. So. Dann gehen wir nochmal nach links. Guck mal. Hier ist ein bisschen Wasser. Ist nur mit. Wenn das jetzt nur ein Schluck ist. Wenn das nur ein Schluck ist. Ah, das ist noch mehr. Ah, voll. Oh, ganz schön. Ist der da unten eingeschlossen? Der kommt noch. Da ist die Schatztruhe. Ja? Whisky. Hey, Kumpel. Hier! Scheiße! Komm nicht raus. Komm nicht raus. Kommen wir raus. ich bin doch da reingekommen okay das hat überhaupt gar nicht kommt man da gar nicht ran licht große streuung dreifach zauber schleimball und ist ein bisschen besser als das bringt überhaupt gar nichts wenn die dinge irgendwo hin schießen stehe ich nicht diese wachsende blumen nicht essen leckt mich doch so auch alle tot ich rühme mich hier dabei sind wir immer noch in der obersten etage katastrophe ist das fels feuchter fels wie viel gold haben wir haben schon echt viel gold das heißt wenn es jetzt gleich nicht mal gut geht dann sollten wir gleich abmarsch machen da unten einfach hin in die heide rotzen das ist ein guter run wenn ich jetzt sterbe irgendeinen kackfrosch nicht sehe oder so goldfarm eine ader die übermütig merkte selbst krasser fecker oder ich habe gerade sechs frische getötet highlight des tages kann die frische sind das nicht wie anders gibt es tatsächlich frische hier in den schade tut mir leid es war versehen was das hier sieht auf jeden fall nicht gesund aus zauberstab ist das besser bisschen besser als meine links kann man ein paar dinge anzünden damit das ist schon mal gut so kommen wir in ein frosch da oben und holen uns auch noch das gold vielleicht verdient ist da ist noch ein zaubertrank drunter da ist auch gleich eine höhle das passt natürlich auch gut der heilige berg oder wie auch immer sich das schon fehlt da gehen wir gleich hin ja wir gehen jetzt hin tatsächlich noch solche schaden gekriegt 135 leben schön vier zauberstäbe am start was haben wir denn hier schönes ich mag sehr gerne hier die schrotmonie die nehme ich auf jeden fall mit das ding ist geil das ding ist geil energieshäre glaube ich auch was soll es was ist das hier glitze an der feld glitze an der feld weiß ich nicht brauchen wir jetzt nicht unbedingt jetzt ist die frage welchen zauberstab starten wir aus mit watt also diese schleimdinger sind nicht so meins dass sie über einen schießen können sowieso nicht licht ist immer nicht verkehrt dreifach streuzauber wirkt gleichzeitig drei zauber mit geringer präzision ach komm tschüss wir nehmen mal den für die schrotmonie drei aufladezeit ist zu lang ja ok das sieht besser aus jetzt nehmen wir licht auch noch mit braucht man jetzt aber ich meine braucht man licht ich meine das verschwendet ja auch einen haufen mana tut es das eins na komm nimm mir mit den lassen wir so und diese kristalldinger weiß ich nicht ob man die braucht hier würde ich gerne mal oder wir testen das mal mit dem aus ja 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 ich mag weil dieser ähm der blitz der von fein fein zu fein springt der ist ganz hilfreich gerade gegen so fliegende objekte und so was so was gibt es hier teleport ausweichen will ich nicht mein hund macht wieder von alleine die tür auf und verpiss dich das ist auch immer so toll dass dieser hund das auch noch so schön alleine macht anfällig für projektierschaden mag ich nicht bin sowieso schon sehr anfällig zum sterben immunwirkung immerwirkung ach so dein zauberschirm deiner hand wird ein zufällig immerwirkung ja das nehmen wir mal den den wir jetzt auch hier haben was kann er jetzt ich muss mal kurz nach dem hund gucken ich muss mal kurz nach dem hund gucken so So, komm her. Du fein. Du bist so eine feine Maus. Komm mal ab. Ja, fein. Das sieht dich gar nicht aus. Bist eine Schlabalese. Du fein. Und du? Geh auf Dicke. So, los. Schlammer Hund. Gut. Wir zocken noch. Bis zum nächsten Death. Hackt man das so? Bis ich tot bin? Warum hackt man das jetzt so? Nein. Was ist nicht hilfreich, wenn das Game auch noch streikt. Wirkt immer... Fügt den Zauber für 30 Mana anzu. Das ist natürlich geil. Man kann aber nur teleport. Ist aber besser als meiner meiner meisten oder... Besser wie meine auf jeden Fall. Komm, wir schmeißen mal den Kristall raus. Ist doch egal. Das kann das also. Das ist der... Hauaha. Ja, okay. Dann... Ähm... Wann bin ich bescheuert, ey. Ich dachte, das Ding ist schon am Arsch. Und dann trete ich da nochmal gegen. Gegen eine Mine treten, liebe Leute. Ist dumm. Mach das nicht. Ich... So. Aber jetzt krieg dich einen hier. Warum hackst du denn, du? Auf jeden. Was ist das? Achso. Achso. Der... Der Feuerfels. Da ist noch ein Zauberstab. Crazy. Ah. Ja, das ist natürlich geil. Wenn ich jetzt noch ändern könnte, dann würde ich die drei Dinger ja sehr gerne haben wollen und hier mit drin packen. Ähm, ich probiere das bloß hier. Mann. Es stört mich gerade echt, dass ich jetzt die Schrotmuni in dem Zauberstab habe. Kacke. Ich würde die mir mitnehmen. Der hat hier immer diese Immerwirkung drin, die auch ziemlich geil ist. Und deswegen würde ich die nicht weggeben. Und das brauchen wir, um hier noch irgendwie voranzukommen, glaube ich. Egal. Entscheidungen müssen getroffen werden. Ist da noch ein Zauberstab? Leckt mich. Jetzt kommen sie auf einmal alle. Stimmt, wir kommen ja damit voran. Wir haben ja... Wir haben ja was, was explodiert und alles am Zündeten. Cool. Dein Ernst? Ja. Nennen wir den mit. Jawoll. Das gefällt mir gut. So. Alter Schwede. Der brennt. Wo soll ich mich denn hinstellen? Ohne dass ich irgendwie von Säure zerfressen werde. Ich muss mal den auf die Ding packen und den auf da. Krass. Das war ein ordentliches Maschinengewehr. Ja. Was ist denn hier los? Zauberstab Valley oder was? Ja. So. Ja, diese Runde wird nie enden. Wir werden bis zur Hölle vordringen. Leck mich. Ey, komm, sei hier eine Runde noch jetzt die letzte, dann kommt hier der geile Scheiß. Ey, wenn ich jetzt sterbe, ne? Und da ist noch ein Zauberstab. Das gibt's doch gar nicht. Dann ist auch alles voller toxischer Schlamm. Naja. Jetzt nicht mehr. So, was kann der? Was ist das denn? Plasmastrahlkreuz. Pass auf. Sie können dich auch verletzen. Davon lassen wir die Finger. Kann der Zauberstab was? Eigentlich nicht. Wir stehen hier auf Schießpulver, ne? Das ist... Weg damit. Kommen wir sonst Gold ran? Das ist geil an Schießpulver. Hehehehe. Hehehehe. Jetzt geht's euch allen an den Kragen. Das ist die Rache für die ganzen Kackrunden, die wir vorher gehabt haben. So. 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 Wir haben ein bisschen Gold gelandet. Ein bisschen. Das kann fleißig brennen. Und dann mal gucken, wie weit das nachher ist, wenn wir wiederkommen. Falls wir wiederkommen. Falls wir es nicht vergessen. Kann auch brennen. Aufschlagen. Ey so stark, ne? Der Zauberstab? Mega gut. Also alle, die wir jetzt auch haben. Oh. cool 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 ja außerhalb vom bildschirm das ist mir ein bisschen viel Lava hier schleimiges Fleisch nein, die ist weit genau, hier runter also hier ist schon alle tot ah, kommen wir hier weiter? oh ja Junge, Junge, Junge so viel Damage habe ich noch lange nicht mehr gemacht krass mega gut nicht in die Tiefe stürzen nicht wissen wohin oh Gott, ich musste mich geschossen für so fehlgeleitete Schützen wie mich ist dieser Zauber einfach mega gut hier geht gerade alles in den Arsch die ganze Map ruckelt und rappelt und macht und tut könnte auch heißen, dass irgendwo ein Wurm unterwegs ist das wäre nicht so schön das Geld bleibt bei mir ist denn hier noch so eine Moda irgendwo? wo irgendjemand das anderes macht, während ich da drauf sitze tschüss ja, Höhle freigelegt, aber kein Gold, kein nix eine Schatztruhe ach guck mal, da ist ein Berg, den wir von der anderen Seite angezündet haben crazy Zauberauffrischung eingesammelt okay wir haben nix zum Auffrischen schade huch was war denn da dritte? da haben wir gerade irgendwas in die Luft gejagt nein, da hin alles versäule so, gab es da oben noch was? ah Gold okay ansonsten ist hier nix, ne? hier hier geht es nicht weiter, okay? so gut hier auch nicht gut, dann gehen wir wieder nach links ach so, ja, okay wirst du holen so viel rollt hier mit dem Boden komm mal da ran nee, ne? wir haben nix, um da ran zu kommen schade ich kann mich selber damit anzünden oh, es ist nicht gut, wenn ich Zauberstäbe habe, die mich selber verletzen können ich bin echt ein suizidaler Gamer, der sich selbst echt gerne in die Luft jagt so geil, ne? zielsuchend ist top hier waren wir schon, ne? hier gab es nix gut, alles klar rüber das heißt mal Lava Oh, nicht übermütig werden jetzt. Was schwimmt denn da? Geschmolzenes Gold. Warum ist das geschmolzen? Jetzt ist es nur noch Gold. Ah, ne, es tut weh. So, alles klar. Ich würde sagen, guck mal, die lieben mich. Fans. Nice to meet you. Hier brennt alles. Es rappelt im Karton. Ein Leben noch. Hau ab. Hau bloß ab. Ist das die Lava? Warum? Warum ist die Höhle voller Lava? Ich will da rein. Nicht euer Scheiß Ernst. Nein, wer soll's da runter? Oh, Gottes Willen. Ja, das bringt uns doch jetzt ja auch nicht weiter. Oh, ich muss zum nächsten Höhleneingang. Da brennt ein Säurefass. Um Gottes Willen. Friends, wollt ihr nicht herkommen? Ihr seid doch meine Friends, oder? Könnt ihr mir nicht helfen? Oh Gott. Aber du magst mich, oder? Oh, bitte. Nein, er ist tot. Mein einziger Freund ist gestorben. Traurig. Echt traurig. Ihr seid noch mehr Kumpels. Oh, Gold. Ach, ihr schwimmt in Pheromon. Ja. Ich verstehe. Gibt's hier irgendwas? Ne, ne? Ich lasse euch noch leben, weil ihr mich tut. Wirst du böse, wenn das Pheromon aufhört zu wirken? Dann muss ich dich leider killen, bevor du mich killst. Da oben ist ein... Hier. Kill den. Guck mal, der mag mich nicht. Oh Gott, brennt er jetzt? Ne Höhle. Alles klar. Tschüss. Wow. Guter Run, würd ich sagen. So, können wir... das mal so machen. Aber mich ärgert das, weil... Tja, das ist halt ein bisschen kacke. Der beständige Zauber, der ist da da... Ja, ich hätte das gern... So, 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 so und so. Ne. Das ist kacke. Wir lassen das so. Oder geben ihm die Shotgun. Das kann weg. Krass. So krank. Die... Noch kein Mensch. Einen packe ich mal da hin. Das braucht auch kein Mensch hier. Das braucht kein Mensch. Das braucht kein Mensch. Das braucht kein Mensch. Bin ich der Meinung. Schleim... Nee, warte. Schleim behalte ich mal noch. Den weg. Den. 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 Was kann der eigentlich? Hm. Wie viel Damage macht der? Fünf. Die machen auch fünf. Die machen auch... Die machen drei. Der macht 25. Und drei und einen extra Zauber. So, was gibt's denn hier? Kettensägen Ja okay, alle meine Zauberstäbe sind besser als der Auch als der Sprudelfunk macht wie viel Damage? Auch 5 Aber auch der Zauberstab kann eigentlich nichts Aber wir haben jetzt den so unnötig besetzt hier Was kann denn der? Was konnte der denn jetzt eigentlich? Mach mal Schleim Ach der hat 30 Bahner extra ne? 30? Ja Ja was bringt mir das? Ähm Wenn der ganze Zauberstab hätte von Arsch ist So tschüss Weil wir haben jetzt echt 3 gute Zauberstäbe Mit denen wir jetzt mal gucken können, wie weit wir kommen Boomerang Zauber Dein Zauber richtet sich auf dich Gewinne aber zusätzliche Geschwindigkeit und verursachten Schaden Äh ne auf keinen Wie gesagt, suizidaler Gamer Ich kann mich nur selbst ab Nach dem Tod wirst du mit 100 LP wiederbelebt Oh Das ist strong Wir können hier noch den ganzen Tag zocken Wie spät ist denn das? Halb elf Na das ist gut Und was ist das hier? Du bist unsichtbar Flecken Das wirken von Zaubertritte Und das Erleihen von Schaden Mach dich vorübergehend sichtbar Einmal wiederbeleben Hä? Da könnten wir echt mal weit kommen Alter nehm ich Oh, Entschuldigung, wollte ich nicht Ähm So, ab hier wird es echt nervig Also die Eiswelt ist echt zum Kotzen Ja, na klar Es kommt schon Steine geflogen jetzt hier Ah, es ist Geht schon gut los Hab ich sie gekriegt? Hab ich grad ne Shotgun gehört? Ah, ah, ah Ach, wer schießt denn da so weit, Alter? Ja, ich abgeah,走 Ich gucke es Das ist eigentlich Also gibt es wie bei uns wir machen wirklich das beste aus dem was wir haben endlich mal eine runde wo wir weiterkommen nicht dagegen warum jawohl aber es hat mich viel leben gekostet anscheinend sind wir noch nicht fertig ja was kann der dreifach zauber mana hinzufügen schleimbälle ja es wird mal regnen so ein bisschen wasser brauche ich auch noch da hinten fuggelt das noch verdichtet der schnee messing wozu sind eigentlich die metalle gut aber hör auf zu hacken warum hakt denn das achtbeinrechner noch irgendwas nebenbei die aufnahme zu lang kann auch sein nein 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 auch noch ein raketengeschütz zielsuchend das ist so ätzend das ist so ätzend ich habe noch 20 leben wir haben nichts gemacht hier auf dieser welt muss ich mich hier da ist noch so ein ding ja okay der ist wohl tot würde ich sagen drei leben sichtlich nervös würde ich sagen oi 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 Das ist auch mutig gewesen Der hat schon einen abgeknackt Hau ab! Sehr gut Sehr gut Einfach mal einen in die Heide Scheißdreck Okay Was das? Ich hoffe eh Oh Gott noch so einer Ach die können sie gegenseitig auch nicht leiden? Ja ist ja super Oder hat er auf mich gezielt und dabei ihn getroffen? Huh Ah Oh nein Nein, nein, nein Achso ja Wiederbeleben Ja krass Ich wurde wieder belebt An derselben Stelle gleich Ich habe einfach 100 LP wieder gekriegt Oh, ich habe ein Blutbad angerichtet Ich bin noch nicht fertig mit euch Ich benutze mein zweites Leben gut Hehehe Okay Na gut, dann bleiben wir noch ein bisschen Oh ja Oh ja Geist Wieso die sich kacke Der hat ein Sauerstab Oh, er leckt mich echt Zeit weggeworfen Oh 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 stirbt einfach jawohl wir sind heute richtig viel anläufe gebraucht wir haben über 2000 gold ja ziemlich gute also fällt als meine verhältnisse relativ gute zauberstäbe ja eigentlich wollte ich schon aufhören von einer halben stunde glück gehabt nein er trinkt in eurem eigenen blut ja das habe ich mir von dir abgeguckt der shotgun was war das wieso das wird der zauberstab ist ja echt alle kopf gefallen nein ja fängt im seiden und faden würde ich sagen also wegen so einem gold ding da jetzt risiko eingehen ist glaube ich quatsch gold haben genug oder eine menge ach so dass man diese ja krisi hier geht es nicht weiter wieder hoch aber ich glaube hier hat die eiswelt auch nicht zu bieten oder geht die nach großartig nach links und rechts hier das ding brauchen wir auch nicht ich weiß nicht wozu das gut ist hier diese komischen steine die dann so in welchen wellen ausschlagen also ich glaube ja das in dem gegen gar nichts gut ist wieso macht die welt so ein geräusch das kann nichts gutes bedeuten das ist glaube ich ein krasser zauberstab und wo kommen diese komischen grünen bälle her warum gibt es die überhaupt okay das ding hat einen haufen weißen dynamit stangen der kann an sich kann der zauberstab nicht viel jetzt habe ich vergessen was kann das hier projektiergeschwindigkeit ja was soll ich mir den ganzen dynamit stangen jetzt bitte nicht explodieren um ja habe er kommt einfach aus dem himmel gefallen was soll denn dette Ja, so geil wie die Fire Raid ist bei dem Ding Fehlt sie mindestens an Damage Nein, das gibt's doch nicht Schade Das war echt Ein geiler Run Der hat mega Fun gemacht Schade, wie denn du bist zur Eiswelt gekommen Wir hätten jetzt noch eine weitergehen können, aber Nee, hat Spaß gemacht, das wird wirklich gut So, damit bende ich die Aufnahme hier Denke ich, das reicht auch Danke fürs Zuschauen, danke fürs Einschalten Danke, dass ihr euch Das angetan habt mit mir zusammen Ich wünsche euch auf jeden Fall einen tollen Tag Macht's gut, bis dahin, tschüss Tschüss